Die Eröffnung des 13. Spieltags auf Schalke. Eine Jungfernfahrt für die Eisernen erstmal zu Gast in Gelsenkirchen. Immer wieder Union und dann Nassar sitzt gegen Andrich. Das ist Elfmeter. Das ist Elfmeter. Andrich holt ihn raus. Klare Geschichte. Ingwertsen hat sich den Ball zurechtgelegt. Ingwertsen gegen Nübel. Rakete. Ausgleich. Markus Ingwertsen hochverdient. Hochverdient. Der perfekte Elfmeter. Genau in den Klick. Markus Ingwertsen sein zweites Saisontor.